Zurück bei seiner grossen Liebe, Arno del Cuarto, im Hallenstadion. Die Trainer gehen, die Trainer kommen. Aber als Arno kam, habe ich das Gefühl, dass der Messias hier ist. Schau mal die Euphorie in diesem Stadion. Ich hatte die Ehre, dieses spezielle Spiel vor Ort zu kommentieren. In Zürich sind wir die Kommentatoren immer unter dem Dach. Wir bekommen von der Stimmung sehr wenig mit. An diesem Spiel war es anders. Es war elektrisierend. Arno Mania im Hallenstadion. So etwas hat man im Hallenstadion selten gesehen. Aber es gibt nur einen Arno. Wie wir alle wissen, war es heute nur eine kurze Affäre zwischen Arno und seiner alten Liebe. Wir haben den Playoff verpasst. Job Ende Saison wieder verloren.